Im LRZ kann man eigentlich alles drauf springen, werfen. Das Besondere im LRZ ist, dass wir in zwei berühmenden Vereinen haben, der Leistungssport macht. Und zwar von ganz klein, von dem breiten Sport, von der Kinderkoppelgruppe bis hin zur absoluten Welterbiete. Unser Steckenpferd seit Jahren ist eigentlich der Stabhochsprung, das ist das LRZ auch groß gemacht hat. Und da sind wir, würde ich mal sagen, sehr erfolgreich. Eltern, Ehrenamtliche, Freunde des Vereins, alle, die wir irgendwie motivieren können, die packen hier mit an und geben ihr Bestes damit, dass es hier auch funktioniert. trusting im LRZ. Seminole Pier